Wieso? Aber ich bin auf dem Festivalgelände, während noch niemand auf dem Festivalgelände ist. Ich trage eine Polizei mit, ich höre gerade etwas, was ich nicht gedacht habe, heute hier zu hören. Gerade sind sehr viele Soundtracks und einer davon klingt, als würde ich das kennen. Ich komme dem Sound immer näher. Und guck mal, was mich heute in meinem Lieblingshotel erreicht hat. Von der Carlo Maus. Wie süß ist das denn? Die sind so geil, diese Schuhe. Oh mein Gott! Also, ich liebe die ja wohl. Wie geil sind die denn, ey? Richtige Größe. Can't wait to wear them. Ich danke dir. Süß. Tom und ich sind auf unserem Weg, unseren Live-Podcast in Hamburg-Barclays-Arena. Wie viele Leute? Ich weiß nicht, 13.000 oder so? Das ist verrückt. Sind Sie bereit? Guck mal, habe ich direkt angezogen. Ey, das ist einfach so crazy. Dies ist so fucking riesengroß. Ich kann mir nicht vorstellen, das ist nachher alles voll als Hilfe. Aufregung! Der Floh kommt auf jeden Fall. Boah, ne, ich glaube nicht.